Ich muss zum Präsidenten von Social Media werden, weil wir haben erfahren, dass der König eigentlich nur präsentiert. Ich muss zum Präsidenten von Social Media gewählt werden. Und das ist eine wichtige, aus meiner Sicht wichtige Botschaft, wenn man etwas wirklich Praktisches vorweg haben will. Deswegen habe ich Schritt Null genannt. Da muss ich unbedingt als allererstes erkennen, dass es nicht um einen langsamen Aufbau oder den Erhalt von etwas Bestehendem geht, sondern es geht um eine kleine Eroberung. Es geht um die Konkel von etwas Neuem. Und was macht man, wenn man sowas machen will? Es geht nur mit militärischer Gewalt. In gewisser Weise geht es um eine Eroberung. Eine Eroberung kann nicht durch Konsens entstehen. Es hat noch nie irgendeinen wirklichen Schritt nach vorne gegeben, bei dem eine komplette Leute demokratisch entschieden hat, wir machen das.